Jo, meine Freunde, um was geht ab? Herzlich Willkommen bei den XRP Bros. Ja, Leute, heute mal ein ganz neues, ganz anderes Video. Und zwar reden wir über Indu 4.0. Indu 4.0 hat einiges drauf und was das alles auf sich hat, werden wir jetzt auf jeden Fall in dieses Video mal unter die Lupe nehmen. Ich würde einfach mal sagen, Leute, um uns zwei und vor allem XRP Deutschland zu unterstützen, abonnieren wir alle diesen Kanal. Drücken auf Gefällt mir in diesem Sinne. Rein in die Olga. Gib uns ein Like und folge der Community, denn wir berichten täglich über Ripple XRP. Wir sind nicht nur zwei Soldaten in einem Schützengraben. Die XRP-Armee hat ihre Wallet durchgeladen. Ja, Leute, hier haben wir ein Projekt, was sehr interessant ist. Und zwar Indu 4.0, eine Blockchain-Technologie für die Fertigungsindustrie. Das Projekt Indu 4.0 zielt darauf ab, die Fertigungsindustrie durch die Implementierung der Blockchain-Technologie und die Enthüllung virtueller Prozesse auf bahnbrechendes und völlig neues Niveau zu heben. Ja, Leute, wir wissen, dass die Industrie alle möglichen Dinge von Sachen herstellt. Microchips, Implantate, Chemie und so weiter gibt es ja alle möglichen Dinge. Und warum haben wir Indu 4.0? Was macht es quasi besser? Und zwar Indu 4.0, um die Industrie besser zu vernetzen. Also Einkäufer mit Dienstleistern und Lieferanten, um eine massive Vereinfachung zwischen Angebot und Nachfrage zu schaffen und natürlich auch Zeit zu sparen. Also passgenaue Suche starten, passende Lieferanten finden. Lieferant erhält nur passende Anfragen. Einkäufer können zielgerecht suchen und finden so nur passende Lieferanten. Also quasi die ganze Lieferketten, Supply, Management, Systeme vereinfachen. Und zwar die Vision ist, die ganze Industrie webfree-tauglich zu machen und das mit einem enormen Digitalisierungspotenzial. Dann gehen wir darauf ein, was macht Indu 4.0? Und Indu 4.0 ist eine B2B-Marktplatz, welcher die komplette Industrie vernetzt. Sie sind seit Januar 2023 mit der Plattform online und haben Stand heute allein in der Schweiz über 400 registrierte Firmen, die mit Indu 4.0 zusammenarbeiten. Und zwar, Indu 4.0 bietet eine einfache und zeitsparende Lösung, passende Lieferanten zu finden. Ebenso alle Lieferanten gleichzeitig auch Einkäufer, was einen enormen Mehrwert bringt, wenn sich alle auf einer Plattform vernetzen können. Also es ist deutlich einfacher, wissen wir alle, wenn du alles zusammengefasst hast und nicht immer überall die ganzen Leute raussuchen musst. Das ist auf jeden Fall für die ganzen Lieferketten eine riesen Vereinfachung. Außerdem haben sie spezifische Filter, die entwickelt wurden, um sehr präzise nach dem richtigen Lieferanten zu suchen. Ausgeklügeltes und genaues Filtersystem wurde integriert, damit auch höchster Sicherheitsstandard durch NFT-Security gegeben ist. Also wichtige Dokumente können so geschützt und sicher über die Blockchain übermittelt werden. Indu 4.0 entwickelt und integriert eine eigene Data Security, welche IDS, also Indu Data Security genannt wird. Und der Marktplatz wird voraussichtlich im Quartal 3 viersprachig. Also auf Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch wird es erhältlich sein. Und also zusammenfassen die Dienstleistungen der Lieferanten steht im Vordergrund und täglich registrieren sich neue Lieferanten. Und das Projekt wird auf jeden Fall jetzt schon angenommen und mit positivem Feedback belastet. Es ist auf jeden Fall ein Projekt, was noch sehr am Anfang ist, was aber einen geilen Use Case aufweist und auf jeden Fall schon eine sehr, sehr gute Resonanz hat, muss man da ganz klar zu erwähnen. Ja Leute, dann haben wir einen Punkt, den ich sehr, sehr zukunftsträchtig sehe und den ich immer wieder mit Metaverse zum Erklären in Verbindung bringe. Und zwar, dass es irgendwann, dass wir shoppen werden im Metaverse, dass wir uns eine VR-Brille aussetzen und uns quasi Handys angucken, uns Produktionen angucken und so weiter. Und hier haben wir die Möglichkeit, im Metaverse mit VR-Brillen die Produktion uns anzuschauen, durchzulaufen und so wird alles digitalisiert. Und das ist eine sehr, sehr interessante Sache für große Kunden, für Investoren. Und ja, das sehe ich auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Schritt, den Indoo 4.0 damit anpackt. Hier ist auf jeden Fall das Team von Indoo und ist auf jeden Fall auch cool, wie wir immer wieder sagen, dass wenn die mit den Gesichtern vor der Kamera stehen, da macht nicht jeder. Der eine oder andere hat einen Avatar, aber hier kann man die Person auf jeden Fall persönlich sehen. Ja, ich finde es immer wichtig, das zu betrachten, das Team sich anzuschauen, ist ja eine wichtige Sache. Und wenn du da schon ein Team hast, was mit ihren Gesichtern da steht, wie ich es ihnen dann gesagt habe, mit ihren Namen, das sind nicht die einzigen Dinge. Wenn wir noch dazu sehen, dass Indoo erfolgreich mit 100% den Smart Contract Audit bei Quill Audits Web 3 Security bestanden hat, können wir auch nochmal das Ergebnis verlinken. Also wirklich, das ist ein Projekt, was auf jeden Fall Use Case hat, wo was hinter steckt. Genau, hier haben wir nochmal die ganzen Dokumente, Zusammenfassungen, White Papers, für die Leute, die sich dafür interessieren. Auf jeden Fall auch sehr wichtig, sich das White Papers anzugucken, immer bei jedem Projekt. Wenn man Fragen auf jeden Fall zu Indoo 4.0 hat, abgesehen davon, na klar haben die auch eine Community, aber hier kann man auch seine Fragen stellen und hier sind die häufig gestellten Fragen zum Kauf, Verkauf. Abgesehen davon haben die auch einen Support, wo man jederzeit eine E-Mail hinschicken kann. Läuft auf jeden Fall. Ja Leute, hier haben wir die Tokenomics, die finde ich auch sehr, sehr wichtig zu betrachten und hier haben wir wirklich schön alles zu sehen, in einem Diagramm zu sehen und 10% für den Gründer und das Team, für Marketing haben wir genug Beraterpartner. Also wirklich, ich finde es von der Tokenomics gut aufgeteilt und wie gesagt, es ist immer wichtig, dass das Team jetzt nicht den ganzen Markt dammen kann. So, auf jeden Fall am 20. Juni ist der Start des Privatverkaufes und auf jeden Fall drücke ich denen die Daumen, am 20. Juni habe ich auch Geburtstag, Leute. Da wird gefeiert hier. Ja, das kann auf jeden Fall was werden. Vielleicht haben wir dann auch positive Nachrichten, was Whipple XRP angeht. Schauen wir mal, Leute. Schauen wir auf jeden Fall. Und für allen, die das interessiert, Indu 4.0 verlinken wir natürlich unter dieses Video. Ich würde einfach mal sagen, um uns zwei und vor allem XRP Deutschland zu unterstützen, abonniere alle diesen Kanal. Drückt auf, gefällt mir. Ja, schreibt mal in den Kommentaren, was ihr zu dem Projekt sagt. Habt ihr schon vermutlich nur was mitbekommen. Schauen wir uns gut an. Ja, bitte. Like den Kanal und bleibt mit uns auf ewig hier verbunden. Im Kryptosektor sind wir alle Sändler oder Kunden. Der Kryptosektor hat genug Benzin in seinem Tank. Sina Lewis, BU, Doppelsetz, sagt von Herzen Dank.